Musik 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 Freunde was geht da? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von einem Tag im Leben von Day in the Life Heute mit niemand geringerem, mit der Legend, mit Evil Jared Wir sind hier in Berlin wie ihr sehen könnt Mein Kompagnon ist hier auch schon am Start Hey Evil Willkommen in Berlin Das ist mein Ghetto hier, es ist in Berlin Also Wasser Und inzwischen der sozialen Wohnraum Und direkt da ist Berlins größter Landstreicher Selten Machst du hier auch deine morgenschen Schwimmrunden Hier in dem Wasser so Hier? Gehst du schwimmen ungefähr? Das ist Schwimmbad Das ist meine Badewanne und auch meine Toilette Ah ja, ach so das auch, das ist ja praktisch Das ist ja eigentlich auch mega umweltfreundlich Wenn du durst hast, dann kannst du deinen Bäcker Hier wird auch gerne das Puken oder so Für die Kamera wird hier geübt Also wie ihr sehen könnt Eine Frage noch, was ist für heute geplant? Oh für heute geplant, okay Ich weiß nicht, ob du es gesehen, aber letzte Nacht bei Start 1 Ich habe Promi Boxing gemacht in 2012 Ich weiß nicht, ob du es letzte Nacht gesehen war Komplett Scheiß Komplett Scheiß Oh mein Gott Ich habe einen Tag geplant Das ist alles über Boxing Hast du schon geboxt? Ich bin, ich bin Undercard bei Mike Tyson Ja okay Bei seinem Comeback jetzt bin ich Undercard im Oktober Dann bin ich dann mit dabei Also ich habe ein bisschen Erfahrung Okay, so wir machen ein bisschen Uber Ja, ein bisschen Sparing Vielleicht kannst du ein paar Tipps von mir Diorholen und so weiter Ja perfekt, genau was ich mache Ja, ey, ich freue mich Wir machen los, heute wird ein geiler Tag Let's go Mit was bist du hier? Ich bin gelaufen von Köln Heute Morgen Gelaufen von Köln? Ja, ja, wir sind beim Zug So ein guter Warm-up Es ist ein bisschen mehr Laufen zu schonerweise Und ich würde mit beiden Ja, sehr sehr geil Sehr geil Also ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet Nur für den Fall, dass euch der Name Jared Hasselhoff aka Evil Jared nichts sagen sollte Geht das im Zweifel einfach mal bei YouTube ein Im Endeffekt die Karriere ging los bei der Bloodhound Gang Da hat er Anfang der 90er bis Mitte der 2000er als Bassist gespielt Sehr sehr erfolgreiche Band zu der Zeit Und dann ist er rübergegangen mehr in die Entertainment Schiene Sowas wie Promiboxen Es ist sehr viel bei Joko und Klaas Bei Duell um die Welt In deren Shows unterwegs Also guckt euch im Zweifel einfach mal die YouTube Clips an Dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, worum es bei Evil Jared geht Also wie ihr sehen könnt Nicht nur habe ich gerade mein Head verloren Ja, da wurde minimal rübergefahren Aber es ist okay, ist in Ordnung Ich darf jetzt mal ganz kurz für x Meter das Quad auch mal ganz kurz fahren Mega geil Ich habe auf jeden Fall Bock Ich habe Bock Ihr werdet mich, denke ich mal, gleich sehen Das ist ein Quadsliste Ich habe gesehen, du fährst ein bisschen Motorrad, ja? Ich bin auf dem Zweirad sonst auch, ja? Kannst du es probieren? Ich würde gerne es probieren Okay Okay, okay Das ist ja Aber etwas passiert zu meiner Quad Dann passiert etwas zu dir Beim Boxen kriege ich dann direkt von unten Okay Also ich kann das nicht so richtig glauben Dass es jetzt gerade passiert Dass ich jetzt gerade das jetzt mache Aber I guess it's happening So weit, so gut So weit, so gut Hey Gerrit, wie viel willst du dafür haben? Wie viel, how much money for the Quad? 10.000 Es rockt auf jeden Fall Das ist mega geil Das ist schon geil Das ist schon geil Es gehört uns viel mehr als die Motorrad jetzt Ja, ja Ja, ja So, Dirk, wo sind wir jetzt? Was ist jetzt passiert? Well, first of all, ich muss sagen, wow Nicht schlecht mit der Quad Du hast keine Abfahrung was gemacht Let's go in So, als kleine Überraschung Dann habe ich für dich Ja Nur für dich arrangiert Eine Trainingssession Mit Europischer Super Welterweight Weltmeister Für den Brot Geil Trainierst du immer hier? Mehrfach pro Woche Oder ist das jetzt eine Ausnahme Dass wir jetzt hier trainieren? Das ist eine Ausnahme Das ich habe einen Weirdo Von der Internet mitgebracht Aber normalerweise Bin ich hier ein, zwei Mal pro Woche Okay Also das ist schon dein Usual Gym Wo du auch sonst deine Sachen machst Genau Das ist ein gewöhnlicher Gym So, wirst du heute deine Hörbuch machen Ja, geil Best Deutschland Best Team Best Advertisement ever Ja Wir haben die Vorbereitung zusammen gemacht Ja Und dann habe ich Gerard zu Maschine gemacht Hast du Pomi-Boxing gestern gesehen? Es ist zurück bei Start 1 Oh Dein Gott Ja Das war nicht zu schlimm Wir haben wenigstens was Nichts dabei zu denken Das war der Geil Das war der Geil Dann müsst ihr jetzt mir aber auch zeigen Wie es richtig geht Dann müsst ihr jetzt zeigen Was abgeht Ja Paul wird ein Promi Ja Dann muss Äh Ja, ja Let's try Okay, voll gut Das ist auch das Gym in dem Gerard ganz normalerweise trainiert Natürlich das Training was ihr jetzt seht Ist sehr darauf ausgerichtet Dass ich dabei bin Und dass das irgendwie fürs Video Sinn macht Und eben auch insofern Dass die Jungs mir gesagt haben Ja, zieh du auch mal gleich die Sportsachen an Ich war mental und physisch weniger darauf vorbereitet Aber das werdet ihr gleich nochmal sehen Jetzt ging es erstmal ins Training Und dann wurde erstmal besprochen Was wird heute trainiert und so weiter Und dann musste ich auch erstmal ran Seilspringen Ey, du kennst das gar nicht schon Du kennst das gar nicht Alter, warum stehe ich auf einmal hier? Ich sollte nah sein Ich sollte da hin Nee, heute nicht Heute musst du ran sein Was sagst du ran, Alter? Scheiße Seilspringen ist ganz einfach Also ihr seht es ging auch direkt los und ich musste dann mitspringen Schön noch in den Jordans, weil ich keinen richtigen Sportschule dabei hatte Aber ist okay Oder ich habe zumindest probiert So gut mitzumachen mit den ganzen Dingen wie es geht Und da habe ich nochmal gemerkt Dass Jared da schon auch nochmal wirklich eine ganz ganz andere Fitness als ich an den Tag gelegt hat Also das hat mich schon ein bisschen mehr überraschend aus den Socken gehauen als ich zuerst gedacht habe Aber auch seinen Trainer Ferdinand, den ihr gleich auch nochmal ein bisschen mehr kennenlernt Supercooler Typ, hat mich supercooler an der Hand genommen Fand ich sehr sehr sympathisch Hat mir sehr sehr viele coole Sachen auch schon mal da beim Training gezeigt Lass uns zwei auf einmal Warte 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 Ein bisschen weirder Flex an der Stelle Aber ich hatte natürlich erstmal noch eine sehr wichtige Frage an Jared Gibt es einen Sportler, Promi, Musiker, Actor gegen du gerne mal boxen würdest? Wo du sagen würdest, den würde ich gerne fighten In einem Ring, egal wer Egal wer Daniel Lamanadi Daniel Lamanadi bei Promi Boxing gesehen in 2005 Sieht ziemlich gut aus Aber er hat gegen Nico Schwanz geboxt Und Nico Schwanz hat er für zwei Wochen gehört, ich glaube Und er hat Promi Boxing im letzten Jahr gesehen Ja, ja, ja Ich weiß, Amunadi kann wirklich boxen Aber für ihn, es kann nichts Spaß sein So, ich glaube für ein bisschen Spaß Ja Amunadi gegen Evelte Und, das Problem ist, sein Gewicht ist, ich glaube, 19 Kilo Und ich bin ungefähr 100, 110 Kilo Also, in der Heidra-Week-Klasse runterkommen Ja, let's go Amunadi in der Ring zu treffen Du hörst es hier Wir haben auch schon vor, beim letzten Proiboxen haben wir darüber schon geredet Ja Nachdem du gegen Riedl gekämpft hast Also seit langem schon im Gespräch Ich muss dann Zeit für das Ding los sagen Ja Ja Ja, let's do it Und auf einmal stand ich da in dem Ring Wusste überhaupt nicht, was jetzt abgeht Oder was ich irgendwem immer selbst machen sollte Ich hab mich dann irgendwie probiert, darauf vorzubretten Und nochmal, hab nochmal die Belgics gemacht Okay, wir fangen jetzt erstmal mit der Grundschule an Weil irgendwann musst du dann auch erstmal... Ja, irgendwann muss man erst schaden Ja, dann muss man erst schaden Rechtshänder, das linke Bein vorne, das rechte Bein ist hinten Ja 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 8 Jahre Ja Eben, den du motivieren musst und du sagen musst Ey, jo Morgen 30 Minuten Gerard ist Beast Mode. Den kannst du sagen, okay, go, und dann geht er nach vorne und dann ist alles an der Seite. Also geil, macht mega Spaß, dass du den Kugel hast. Klar, wie geil. Manchmal muss man eher bremsen, weil er immer noch einen Raufpacker will. Das ist vor dem Moment Sparring. Er klopft sich halt auch gerne in den Kugel. Reise. Okay, Leute. Da hast du ein Pickel. Erst ein Happy Back. Dann machen wir ein bisschen Pratzen. Und Paul, dann machen wir noch ein bisschen Sparring. Er ist auf jeden Fall sofort bereit für Sparring, ganz klar. Okay, safe, safe. Eine erste Stunde kann man sofort machen. Du guckst am besten zu. Mhm. Hast dein geschultet Matrix-Auge drauf gelichtet. Ja. Ich hab ein, äh, ja. Ja. Fotografisches Gedächtnis wolltest du sagen? Ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab ein bisschen Angst. Ich spür jetzt das Frühstück schon ein bisschen, wie es nur wegen der mentalen Sache, Frühstück schon ein bisschen höher kommt einfach. Ich hab sofort, dass du ein Naturtalent bist, weil wir coachen nicht dadurch. Wenn Deutschland, wenn YouTube Deutschland mit Boxing anfängt, das ist das Flying Uwe. Ich bin hier am Start. Gutes Matchup. Gutes Matchup. Gutes Matchup. Gutes Matchup. Gutes Matchup. Ja. Gutes Matchup. Wetter. Du guckst einfach so. Um reinzukommen, hörst du manchmal noch eure alten Tracks einfach so? Oh Gott nein. Nein, 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 nein. So ist diese schöste Musik. Es macht dir ein bisschen Kraft, wie der Motorhead oder Iron Maiden oder Metalik oder Metallica vielleicht? Und was gibt's nochmal. Das ist Boxing, das ist nicht deine schwule Porn. Bist du noch viel mit Musik beschäftigt oder Sport und Fernsehen, Entertainment komplett? Bei Livemusik bin ich quasi in Ruistan seit sieben Jahren, also ich arbeitete manchmal ein bisschen als DJ, aber mit Corona-Zeiten, es gibt keinen DJ, keinen Live-Shows, keinen Festival, so, jetzt ist es alles Spaß mit dem Handtüren. Okay, zurück in die Arbeit. Das ist die Energie, das ist die Energie, meine Freunde. Aber in Zwischenhänden, immer oben. Immer oben, immer oben, hier. Hast du dir auch wirklich am Gesicht gehalten? Ja, ja, ja. Der Naring ist besser. Wenn es hier ist, ja, wenn es da ist. Oh, ich weiß nicht. Und ein Knockout. Und ein Open. Open. Ich glaube, du bist bereit für deine erste Sparring-Session. Bist du bereit? Let's do this. Aber, aber, es ist nicht gegen jemand hier. Deine Sparring, ich habe gedacht, wir werden es ein bisschen einfacher machen. Du wirst gegen ein Mädchen. Ich weiß. Hey! Dortmund! Dortmund! Das ist Nina Meike. Sie ist die EBU Europa-Meisterin. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird nicht leichter für mich. Es wird nur noch peinlicher, wenn ich jetzt verliere. So, genau so wird das für mich. Nein! Can you give me Europa-Meisterin? Nein, nein, nein. Wir haben gesagt, Nina lässt das Gesicht noch heilen. Weil so ein YouTuber braucht das Gesicht. Aber schwere Körpertreffer sind erlaubt heute. Warum? Wieso? Warum bin ich hier? Und Nina Meike in der linken Seite und Paul Südo in der rechten Seite. Das ist das Match-Up des Jahres. Ne, aber auf jeden Fall bin ich dann in den Ring. Sie ist sehr, sehr gnädig mit mir umgegangen. Hat vielleicht fünf, maximal zehn Prozent gegeben. Ja, ihr könnt ja selber mal sehen, wie sie mich hops genommen hat. Komm mal! Komm mal! Achtung! 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 Ihr müsst euch einfach mal geben, wie Nina mich auseinander genommen hat. Ich hab's nicht geschafft, die Hände oben zu halten. Ich war einfach lost. Ein Prozent meiner Punches hat getroffen. Und dann auch nur, weil sie gewollt hat, dass ich auch mein Erfolgserlebnis habe. Und dann merkst du einfach auch, dass, selbst wenn ich das probiere, ihr das einfach überhaupt nichts ausmacht. Also, ja, das war ein relativ klares Ding. Ja, ich hab jetzt gerade die Boxing- oder die Sparring-Session, war das ja, gegen dich abgeschlossen. Sehr, sehr krass, auch mit so jemand so erfahren, mit so einem Haushalt-Name, hier meine erste Sparring-Session zu machen. Mega, mega geil. Ich hab probiert, einigermaßen irgendwie mein Bestes zu geben, aber... Ich hab noch alle Zähne dritten und meine Nase ist noch gerade. Dafür danke ich dir auf jeden Fall. Jared, seid ihr jetzt auch mit dem Training fertig? Geht's jetzt weiter oder macht ihr noch was? Aber, oh mein Gott, wie Spaß war das dann? Digi, das war krass, das war krass. Okay, so, wir haben unsere Trainingsstunde gemacht. Ja. So, jetzt ist es Zeit für ein bisschen Spaß, ich glaube. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine komische Frage für ein Deutscher, aber trinkst du zufällig ein bisschen Bier? Ich trinke auch Bier und Jägermeister trinke ich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube es, ich habe was für den Fall. Let's go. Okay, machen wir. Let's go. Nach einer kleinen Pause mit duschen und nochmal ein bisschen frisch machen ging's dann in die Wohnung und da war ein geisteskrankes Setup aufgebaut. Mehrere Laptops eben zum Livestream auf Twitch. Das Event erklärt Jared auch gleich nochmal. Und den ein oder anderen Promi, den ihr da vielleicht seht, wird Jared auch nochmal vorstellen. Was aber einfach mal unterm Strich super krass ist. Man merkt einfach, wie viel Entertainment-Business-Erfahrung Jared hat, weil es gibt den Livestream, der mit zehn Kameras läuft, dann hier eine Insta-Story, dann mein Video, dann da nochmal reinreden und er ist immer on. Er ist immer mega entertaining, er hat immer alles auf dem Schirm und das verbraucht viel mehr Energie, als man vielleicht denken könnte. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass und dann merkt man einfach seine Erfahrung. So, what is happening Jared? So, nach deiner Erfolge-Racken-Outfit beim Boxen. Und dann haben wir gesagt, sieh und da... Ein bisschen schief die Nase, aber... Nicht so schief, nicht so schief meine Musik. Aber jetzt das war, das war die Arbeit. Jetzt kommt der Spaßbund. Ja, was heißt der Spaßbund? Ja, ja. Kennst du das? Es ist amerikanisch, das heißt Beerbund. Ja, okay. Und seit Corona begonnen hat, haben ich und der Kerl, den Krogi, er ist bei Hamburg, er arbeitet für Rocket Beans. Und wir haben zusammen einen Online-Bierbund zu machen. Ja, es ist Samstagabend, wir machen das jeden Samstagabend, 20 Uhr. So. So. Fühl mich rein, fühl mich rein, okay? Also wir kommen rein, okay? Nice. Komm, komm. Ja. Okay, und wie gesagt, heute wegen des scheiße Promi-Boxing von Lester, heute, heute, das Thema für heute ist Promi-Boxing. Ja. Und darum sind unser Team spielend mit uns heute ist ein Rematch von dem 2012 Promi-Boxing-Match zwischen Martin Keserci und Jay Khan. Martin Keserci und Jay Khan sind hier live. Let's get it. Let's go. Hier passiert das alles. Ja, ja, ja. Ja, hier läuft der Livestream. Hier sind die Kameras. Ja, sehr, sehr geil. Sehr geil. Ey, das wird eine ganz klasse Sache. So ein professionelles Setup in einer scheiße Wohnung in Friedrichsland. Hast du ein gutes Gefühl, dass du das Ding heute nach Hause holst? Dass du hier ein paar gute Treffer machst? Ähm, wir würden sehen. Ja, ja. Spielen geht ab und normalerweise bei Team gewinnt 80% der Zeit. Okay, Ansage. Okay. Und bei Promi-Boxing, ich war zufällig auch bei Promi-Boxing in 2012. Okay. Ich habe gewonnen. Jay hat gewonnen. Ja, ja. Nur eine Karol in dieser Wohnung ist eine Verlierung. Ich werde keine Namen sagen. Also, ich mache eine kann. Ja, ich bin überhaupt keine Sprache. Ich will nicht sagen. Captain Morgan. Ahh! Okay! Wait a minute. This man makes a mean rum. Ja. Sehr gut. Man hat den Been für ein Jahr für Jägerwaissel, für viele Jahre. Jägerwaissel gefällt. Man hat einen Käfer an den Jägerwaissel. Ich bin ganz künftig. Aber er ist ein Fan Buyer mit den American Champagnes. Let's go! Auf einen guten Abend, Freunde. J-Khan hat gedrippt beyond Copenhagen. Ich hab gedrippt! Wir wollen mit Mike gehen. So, ich geh mal ganz kurz auf die Leute. Oh! Oh, sorry! Jared, vielen Dank. Danke dafür, dass du hier bist. Das war jetzt ein ganz normaler, durchschnittlicher Tag in deinem Leben. Auf evil, Jared. Ja, war das so. Wie gesagt, normalerweise mein Team gewinnt. Ich würd hier nochmal sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega, mega, mega geil. Ich stell den Gästen am Ende immer eine Frage. Gibt es eine Person, die du gerne auch sehen würdest im Format Ein Tag im Leben von? Wäre geil, den mal zu begleiten. Egal wer. Okay, du wolltest meine letzte Name. Hasselhoff. Ich hab ganz oft gesagt, dass David Hasselhoff mein Vater ist, mein Seafater, und ein Traum-Guest für ein Pal-Show. Freunde, ihr habt's gehört. Lasst den Video sehr gerne in den Daumen nach oben da. Subscribe gerne rein. Checkt natürlich alles von Dirt ab. Das war's für mich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.